Willkommen in Quedlinburg, der historischen Kaiserstadt am Harz. Ein unversehrter historischer Stadtgrundriss und Fachwerkhäuser aus sechs Jahrhunderten machen jeden Besuch zum Erlebnis. Aus dem Gassengewöhr der Altstadt erhebt sich der Burgberg mit der Stiftskirche St. Servatius und dem daneben liegenden Renaissance-Schloss. Wer den Burgberg erklimmt, hat einen hervorragenden Blick über die Altstadt von Quedlinburg. Der Mühlgraben diente zum Antrieb der städtischen Mühlen und zur Wasserversorgung der Bewohner und Gewerbetreibenden. Unterhalb des Burgbergs stehen wundervoll sanierte und restaurierte kleine Fachwerkhäuser. Ein Besuch in den engen, geflasterten Gassen lohnt sich auf jeden Fall. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir haben jetzt den Burgberg erklommen. Hier steht die Stiftskirche und das Renaissance-Schloss. In der Stiftskirche ist der weltberühmte Quedlinburger Domschatz ausgestellt. Vom Burgberg aus hat man einen ausgezeichneten Blick auf die Silhouette der mittelalterlichen Stadt Quedlinburg. Hier steht die Stiftskirche und der Stiftkirche. Der Marktplatz ist das Herz von Quedlinburg. Rund um den Marktplatz stehen imposante Fachwerkhäuser und das markante Rathaus. Der Marktplatz ist das Herz von Quedlinburg. Wir befinden uns jetzt im sogenannten Schuhhof. Hier hatten Schuster und andere Gewerbetreibende ihren Sitz. Die Werkstatt befand sich im Erdgeschoss und von dort wurde direkt auf die Straße verkauft. Das ist das Herz von Quedlinburg. Damit endet unser Rundgang in der Mittelalterstadt Quedlinburg. Wenn es Ihnen gefallen hat, geben Sie mir bitte ein Gefällt mir oder abonnieren Sie meinen Kanal. Hier finden Sie viele weitere historische Städte. Vielen Dank und bis bald, Ihr Ulf Zaspel. Vielen Dank.